Zunächst sehen wir den Dallis bei der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof in Köln, der mich gerade nach Köln gebracht hat. Um Köln näher kennenzulernen ging es mit den Hop-on-Hop-Aufdorist-Shuttle kreuzen wir durch Köln. In Köln gibt es zwei Touren, eine weiße Tour und eine gelbe Tour, die an bedeutenden Sehenswürdigkeiten vorbeiführen. Die Busse der weißen Tour sind weiß, die Busse der gelben Tour sind gelb. Zunächst sehen wir die Abenteuerung von Köln. Zunächst sehen wir die Abenteuerung von Köln-Den. Köln und Köln. Zunächst sehen wir die Abenteuerung von Köln auf dem Köln. Hier zu sehen, der Kölner Dom. Ein Blick in die Trankkasse. Hier zu sehen, das Rathaus Spanischer Bau. Hier zu sehen, das historische Rathaus. Hier ist ein Brunnen vor dem Rathaus. Hier sieht man historische Mauern. Hier blicken wir zum Schokoladenmuseum und zum Malerkrofturm. Das Severinsdor am Ludwigplatz. Die Urrappforte. Das Hanendor am Ruderplatz. Neumarkt. Schmittgenmuseum. Weltstadthaus. Die Oper am Offenbachplatz. Stadtmuseum und Zeughaus. Das Kinosynodum im Mediabalk. Das Eigelsteintor am Eberplatz. Zoo. Odysseum. Lanxess Arena. Bahnhof Köln. Messe Deutz. Drehangeldurm. 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 Drehangeld Mov resultus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Und hier sehen wir noch einen Mehrertagsausflug. Das Bierbike. Und nun wird es Zeit nach Hause zu kommen. In Köln fährt immer noch die Baureihe 218.